Hallo, ich bin die Josefina. Ich durfte mit der Michaela Jitzen drei Instant Change Sitzungen erleben. Die erste Sitzung fand an einem Abend statt und ich bin anschliessend ins Bett gegangen und bin mit einem Lächeln auf den Lippen eingeschlafen und am anderen Morgen mit einem Lächeln auf den Lippen aufgewacht. Keine Ahnung, ob ich die ganze Nacht durchgelächelt habe. Jedenfalls hat sich ein tiefes Glücksgefühl in mir ausgebreitet. Durch die Methode wurden bei mir Glaubenssätze gelöscht, alte Muster, alte Blockaden aufgelöst und es wurden neue Programme installiert. Ja, nun, nach der dritten Sitzung fühle ich mich sehr verwurzelt. Es hat sich eine unglaubliche Stabilität in mir ausgebreitet. Ein Urvertrauen, ein tiefes Urvertrauen ins Leben und es fühlt sich an wie ein inneres Wachsen, ein Wachsen aus mir heraus. Ja, nun bin ich gespannt auf weitere Veränderungen in meinem Leben und bin sehr, sehr dankbar, diese wertvolle Methode kennengelernt zu haben. Vielen Dank.